Kapitel 25 Mein Bestattungsunternehmer zieht mich albern an. Die Obdachlosigkeit hatte ein gutes. Ich wusste, wo ich mich umsonst neu einkleiden konnte. Hearth und ich plünderten eine Altkleidertonne am Charles Gate aus, damit ich nicht im Schlafanzug durch die Stadt wandern musste. Bald sah ich aus wie neu, in Stonewashed Jeans, einer Outdoor-Jacke und einem durchlöcherten T-Shirt. Ich sah Kurt Cobain ähnlicher denn je. Nur bezweifelte ich, dass Kurt Cobain jemals ein T-Shirt mit der Aufschrift Wiggles Rock'n'Roll Kindergartentour getragen hatte. Das wirklich besorgniserregende daran war, dass solche Shirts überhaupt in meiner Größe hergestellt wurden. Ich hob mein hotelleigenes Schwert. Hearth, was ist hiermit? Ich glaub nicht, dass die Bullen mich mit einem 90 cm langen Schwert herumlaufen lassen werden. Tarnung, signalisierte Hearth. Steck es in deinen Gürtel. Als ich das tat, schrumpfte die Waffe sofort und wurde zu einer kurzen Kette, die fast so peinlich war wie das Wiggles-T-Shirt. Super, sagte ich. Damit wäre meine Erniedrigung perfekt. Immer noch ein Schwert, meinte Hearth. Sterbliche sehen magische Dinge nicht gut. Zwischen Eis und Feuer ist Nebel. Ginnung Gagab. Verschleiert Erscheinung. Schwer mit Zeichen zu erklären. Alles klar. Mir fiel ein, was Gunilla darüber gesagt hatte, dass die Welten zwischen Eis und Feuer geformt werden und dass Frey die gemäßigte Zone dazwischen repräsentiert. Offenbar erbten Freys Kinder leider kein instinktives Verständnis dafür, was zum Henker das eigentlich bedeuten sollte. Ich las meine Todesanzeige noch einmal und merkte mir die Adresse des Bestattungsunternehmens. Also los, dann wollen wir mir mal die letzte Ehre erweisen. Es war ein langer, kalter Weg. Mir machte die Kälte nichts aus, aber Hearst zitterte in seiner Lederjacke. Seine Lippen waren aufgesprungen und seine Nase lief. Aus allen Fantasy-Büchern und Filmen, die ich in der Schule verschlungen hatte, hatte ich den Eindruck gewonnen, Elfen seien edle Wesen überirdischer Schönheit. Harstown sah eher aus wie ein blutarmer College-Student, der wochenlang nichts mehr gegessen hatte. Dennoch, inzwischen bemerkte ich Dinge an ihm, die nicht mehr menschenähnlich waren. Seine Pupillen waren seltsam reflektierend, wie die einer Katze. Die Adern unter seiner durchscheinenden Haut waren eher grün als blau. Und trotz seines heruntergekommenen Aussehens stank er nicht wie ein normaler Obdachloser nach Schmutz, Alkohol und altem Schweiß. Er roch eher nach Fichtennadeln und Holzfeuer. Wieso hatte ich das bisher nie bemerkt? Ich hätte ihn gern über Elfen ausgefragt, aber Gebärdensprache im Gehen funktioniert nicht. Und Herth konnte meine Lippen auch nicht gut lesen, wenn ich mich bewegte. Eigentlich gefiel mir das. Man konnte nichts anderes tun, wenn man sich mit ihm unterhielt. Das Gespräch erforderte hundertprozentige Konzentration. Wenn alle Gespräche so wären, dann würden die Leute nicht so viel blöden Müll reden. Wir kamen gerade am Copley Square vorbei, als er mich in den Eingang eines Bürogebäudes zog. Gomez, signalisierte er. Warten. Gomez war ein Streifenpolizist, der uns vom Sehen kannte. Er wusste meinen richtigen Namen nicht, aber wenn er in den Nachrichten ein neueres Bild von mir gesehen hatte, würde es mir schwer fallen, zu erklären, wieso ich nicht tot war. Und Gomez war sowieso nicht die Güte selbst. Ich tippte Herth auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wie ist es da, wo du herkommst? Herth sah misstrauisch aus. Albenheim ist nicht viel anders, nur heller, keine Nacht. Keine Nacht? Nie? Keine Nacht. Als ich zum ersten Mal einen Sonnenuntergang gesehen habe. Er zögerte. Dann spreizte er vor seiner Brust alle Finger, wie bei einem Herzanfall. Das Zeichen für Angst. Ich versuchte, mir das Leben in einer Welt vorzustellen, wo immer Tag war, und dann zu sehen, wie die Sonne in einer Flut aus blutrotem Licht am Horizont verschwand. Das war bestimmt unheimlich, sagte ich dann. Aber haben Alben nicht auch Sachen, von denen Menschen sich fürchten würden? Wie Albenseit? Ein Licht funkelte in Herths Augen auf. Woher kennst du dieses Wort? Äh, gestern auf der Wahlstadt, da hat jemand gesagt, ich hätte das angewandt. Ich erzählte ihm von dem Schlag, der allen die Waffen aus der Hand gerissen hatte. Und als ich blitzensarm geheilt habe oder auf der Longfellow Bridge in die Flammenwand getreten bin, ich frage mich, ob das alles die gleiche Magie sein könnte. Herth schien länger als sonst zu brauchen, um diese Mitteilung zu verarbeiten. Weiß nicht. Seine Gesten waren kleiner, zurückhaltender. Albenseit kann vieles sein. Meistens ist es friedliche Magie. Heilen, Wachstum hervorrufen, Gewalt verhindern. Es kann nicht erlernt werden wie Runenmagie. Du hast Albenseit im Blut oder eben nicht. Du bist der Sohn des Frey. Vielleicht hast du einige seiner Fähigkeiten. Frey ist ein Albe? Herth schüttelte den Kopf. Frey ist der Herr von Albenheim, unser Schutzgott. Warnen sind mit den Alben verwandt und waren die Quelle allen Albenseits. Warum Vergangenheit? Reden Alben nicht mehr mit Bäumen und Vögeln und so? Herth grunzte verärgert. Er lugte um die Ecke, um Ausschau nach unserem Kontaktbereichsbeamten zu halten. Albenheim ist nicht so, signalisierte er. Schon seit Jahrhunderten nicht. Fast niemand wird mehr mit Albenzeit geboren. Niemand übt Magie aus. Die meisten Alben halten Midgard für einen Mythos über Menschen, die in Burgen leben und Kettenhemden und Strumpfhosen tragen. Vielleicht vor tausend Jahren? Herth nickte. Damals hatten unsere Welten mehr miteinander zu tun. Jetzt haben sich beide Welten geändert. Die Alben starren meistens auf Bildschirme und sehen sich komische Kobold-Videos an, wenn sie eigentlich arbeiten sollten. Ich war nicht sicher, ob ich seine Zeichen richtig verstanden hatte. Kobold-Videos. Aber Albenheim klang enttäuschend ähnlich wie Midgard. Du weißt also nicht mehr über Magie als ich, sagte ich. Ich weiß nicht, wie die in den alten Zeiten ausgesehen hat. Aber ich versuche, es zu lernen. Ich habe für diesen Versuch alles aufgegeben. Wie meinst du das? Er schaute abermals um die Ecke. Gomez ist weg. Komm jetzt. Ich war nicht sicher, ob er meine Frage nicht gehört hatte oder ob er sie ganz bewusst ignorierte. Das Bestattungsunternehmen lag in der Nähe von Washington Street und Charles Street. Versteckt in einer Zeile aus alten Häusern, die sich zwischen den neueren Beton- und Glaswolkenkratzern verloren. Die Aufschrift auf der Marquise teilte mit Bestattungsunternehmen Twining und Söhne. Eine Liste neben der Tür zeigte an, welche Toten als Nächste aufgebahrt würden. Mein Name stand ganz oben. Magnus Chase. Das Datum war das von heute. Beginn 10 Uhr morgens. Die Tür war abgeschlossen. Es brannte kein Licht. Zu früh zu meiner eigenen Beerdigung, sagte ich. Typisch. Meine Hände zitterten. Die Vorstellung, mich tot zu sehen, machte mich nervöser als der Gedanke an meinen Tod an sich. Brechen wir ein? Ich probiere etwas aus, signalisierte Herth. Er zog einen Lederbeutel aus der Tasche. Der Inhalt rappelte vertraut. Runensteine, vermutete ich. Du weißt, wie man sie benutzt? Er zuckte mir den Schultern, wie um zu sagen, das werden wir ja gleich sehen. Er nahm einen Stein und tippte damit auf die Türklinke. Das Schloss klickte. Die Tür sprang auf. Super, sagte ich. Geht das bei jeder Tür? Herth steckte den Beutel wieder weg. Ich konnte seine Miene nicht richtig deuten. Eine Mischung aus Trauer und Vorsicht. Ich lerne noch, antwortete er. Erst einmal probiert, als ich Blitz getroffen habe. Wie habt ihr beide? Herth brachte mich mit einer Handbewegung zum Verstummen. Blitz hat mein Leben gerettet. Lange Geschichte. Geh rein. Ich steh wache. Tote Menschen. Er schauderte und schüttelte den Kopf. So viel zu meiner elfischen Rückendeckung. Drinnen roch es nach faulenden Blumensträußen. Der fadenscheinige, rote Teppich und die dunkle Holzvertäfelung gaben mir das Gefühl, mich in einem riesigen Sarg zu befinden. Ich schlich mich durch das Foyer und warf einen Blick in den ersten Raum. Er war eingerichtet wie eine Kapelle. Drei bunte Glasfenster in der hinteren Wand. Reihen von Klappstühlen vor einem offenen Sarg, der auf einem Podium stand. Ich fand das alles schon jetzt schrecklich. Ich war nicht religiös erzogen worden. Ich hatte mich immer für einen Atheisten gehalten. Und natürlich bestand meine Strafe jetzt darin festzustellen, dass ich eigentlich der Sohn einer nordischen Gottheit war, in ein wikingisches Nachleben eintreten musste und eine Trauerandacht vor meinem offenen Sarg in einer geschmacklosen, multikonfessionellen Kapelle verpasst bekam. Wenn es irgendwo einen allmächtigen Gott gab, einen Obermacker des Universums, dann lachte er sich gerade kringelig über mich. Am Eingang zum Raum hing ein postergroßes Bild von mir, umrandet mit schwarzem Krepppapier. Sie hatten dasselbe blöde Foto aus dem Schuljahrbuch der fünften Klasse genommen. Daneben lag auf einem kleinen Tisch ein Kondolenzbuch. Ich war kurz versucht, zum Kugelschreiber zu greifen und den ersten Eintrag vorzunehmen. Danke, dass ihr zu meiner Beerdigung gekommen seid. Magnus. Wer würde denn überhaupt kommen? Onkel Randolph? Vielleicht Frederick und Annabeth, wenn sie noch in Boston waren? Meine alten Klassenkameraden von vor zwei Jahren? Wohl kaum. Wenn das Bestattungsunternehmen einen Imbiss anbot, würden vielleicht einige von meinen Obdachlosen Bekannten kommen, aber die einzigen von ihnen, die mir wirklich wichtig waren, waren Blitzen und Hearthstone. Mir ging auf, dass ich nur Zeit schändete. Ich wusste nicht, wie lange ich schon in der Tür zur Kapelle stand. Ich zwang mich, den Mittelgang entlang zu gehen. Als ich mein eigenes Gesicht im Sarg sah, hätte ich mich fast übergeben. Nicht, weil ich so furchtbar hässlich wäre, sondern weil, naja, ihr wisst doch, wie komisch es ist, eure eigene Stimme vom Tonband zu hören. Und wie nervig es sein kann, euch auf einem Foto zu sehen, wenn ihr findet, dass ihr darauf nicht gerade toll ausseht. Stellt euch vor, euer Körper liegt da so einfach vor euch. Er war ganz real und trotzdem war es überhaupt nicht ich. Meine Haare waren mit Gel an die Seiten meines Kopfes geklatscht. Mein Gesicht war mit Make-up zugespachtelt, vermutlich um Schrammen und Wunden zu verdecken. Mein Mund war zu einem seltsamen kleinen Lächeln erstarrt, das ich im Leben niemals über mich gebracht hätte. Ich trug einen billig aussehenden blauen Anzug und einen blauen Schlips. Ich hasse blau. Meine Hände waren über meinen Bauch gefaltet und verbargen die Stelle, wo ich von einem geschmolzenen Asphaltklumpen aufgespießt worden war. Nein, 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 nein. Ich packte den Rand des Sarges. Es war alles so falsch, dass meine Eingeweide noch einmal zu brennen schienen. Ich hatte immer eine Vorstellung davon gehabt, was nach meinem Tod mit meinem Körper passieren sollte. Das hier war aber ganz anders. Meine Mom und ich hatten eine Abmachung getroffen. Das klingt unheimlich, war es aber nicht gewesen. Ich hatte versprechen müssen, sie nach ihrem Tod einäschern zu lassen. Dann sollte ich ihre Asche in den Wäldern der Blue Hills verstreuen. Wenn ich zuerst starb, wollte sie dasselbe für mich tun. Uns gefiel beiden die Vorstellung nicht, einbeisamiert und zu einem chemisch stabilisierten Ausstellungsstück zu werden, um dann in einer Kiste begraben zu werden. Wir wollten im Sonnenschein und an der frischen Luft sein und uns einfach auflösen. Ich hatte mein Versprechen meiner Mutter gegenüber nicht halten können. Und jetzt bekam auch ich genau die Art von Bestattung, die ich nicht hatte, haben wollen. Mir traten Tränen in die Augen. Tut mir leid, Mom. Ich hätte den Sarg gerne umgestoßen. Ich hätte die ganze Bude gerne abgefackelt. Aber ich hatte eine Aufgabe zu erledigen. Das Schwert. Wenn es im Sarg lag, dann war es jedenfalls nicht zu sehen. Ich hielt den Atem an und fuhr mit der Hand innen am Sarg entlang, als ob ich nach Kleingeld suchte. Nichts. Ich dachte, das Schwert sei vielleicht durch einen Zauber versteckt und streckte meinen Arm über dem Sarg aus, in dem Versuch, die Anwesenheit der Klinge zu spüren, wie ich es auf der Longfellow Bridge getan hatte. Keine Wärme, kein Summen. Die einzige, andere Möglichkeit bestand darin, unter meinem Leichnam nachzusehen. Ich schaute auf Magnus 1.0 hinunter. Tut mir leid, Alter. Ich versuchte mir einzureden, der Leichnam sei einfach ein lebloser Gegenstand, wie eine Vogelscheuche. Keine echte Person und auf keinen Fall ich. Ich drehte ihn auf die Seite. Er war schwerer, als ich erwartet hätte. Nichts darunter. Nur Sicherheitsnadeln, die das Jackett strafften. Ein Etikett auf dem weißen Sargfutter informierte mich 50% Satin, 50% Polyester. Product of Taiwan. Ich ließ den Leichnam wieder zurücksinken. Die Frisur des toten Magnus war total ruiniert. Die linke Seite war aufgefächert wie eine Strelizie. Meine Hände waren nicht mehr gefaltet und ich schien der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Viel besser, entschied ich. So sieht es wenigstens aus wie ich. Hinter mir fragte eine gepresste Stimme, Magnus? Ich wäre fast aus meinem Wiggles-Hemd gefahren. In der Tür stand meine Cousine Annabeth. Kapitel 26 Hey, ich weiß, dass du tot bist, aber ruf mich doch trotzdem mal an. Selbst wenn ich sie nicht vor zwei Tagen im Park gesehen hätte, hätte ich sie erkannt. Ihre welligen, blonden Haare hatten sich seit unserer Kindheit nicht verändert. ihre grauen Augen hatten denselben entschlossenen Blick, als ob sie in der Ferne ein Ziel ausgemacht hätte und jetzt losmarschierte, um es zu vernichten. Sie war besser angezogen als ich. Orangene Skijacke Marke North Face, schwarze Jeans, winterfeste Schnürstiefel. Aber wer uns zusammen sah, würde uns für Geschwister halten. Sie starrte erst mich an, dann den Sarg. Langsam wechselte ihre Miene von Schock zu kalter Berechnung. Ich wusste es, sagte sie, ich wusste, dass du nicht tot bist. Sie riss mich in eine Umarmung. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, schwärme ich nicht gerade für Körperkontakt. Aber nach allem, was ich durchgemacht hatte, reichte eine Umarmung von Annabeth und ich verlor komplett die Fassung. Ja, äh, meine Stimme drohte zu versagen. Ich machte mich so behutsam wie möglich frei und blinzelte mir die Tränen aus den Augen. Es ist wirklich schön, dich zu sehen. Sie musterte naserümpfend den Leichnam. Muss ich dir alles aus der Nase ziehen? Ich hatte dich für tot gehalten, du Hintern! Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie hatte mich schon zehn Jahre nicht mehr du Hintern genannt. Es war wirklich überfällig. Hm, schwer zu erklären. Hab ich mir gedacht, ist der Leichnam eine Tarnung? Willst du allen einreden, dass du tot bist? Äh, nicht so ganz. Es ist aber besser, wenn ich als tot gelte, weil, weil ich tot bin, dachte ich, weil ich nach Valhalla gekommen bin und jetzt bin ich mit einem Zwerg und einem Alben zurückgekehrt. Wie sollte ich ihr das begreiflich machen? Ich schaute zur Tür der Kapelle hinüber. Warte mal, bist du auf dem Weg hierher an jemandem vorbeigekommen? Mein Freund sollte doch Wache stehen. Nein, da war niemand. Die Eingangstür war offen. Der Rest meiner Fassung schwand. Ich muss nachsehen. Nix da. Erst beantwortest du mir ein paar Fragen. Ich, ehrlich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin in einer gefährlichen Situation. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Zu spät, sie verschränkte die Arme. Und mit gefährlichen Situationen kenne ich mich aus. Aus irgendeinem Grund glaubte ich ihr. Hier stand ich, ein wiedergeborener Superkrieger aus Valhalla, und Annabeth schüchterte mich immer noch ein. Ihre Haltung, ihr stahlhartes Selbstvertrauen, ich sah ihr an, dass sie ganz schön heftige Sachen durchgemacht hatte, genauso wie ich sehen konnte, welche Typen in den Obdachlosenheimen die gefährlichsten waren. Ich konnte sie nicht einfach abwimmeln. Aber ich wollte sie auch nicht in mein Chaos hineinziehen. Randolph wäre auf der Brücke fast umgekommen, sagte ich. Ich will nicht, dass dir das auch passiert. Sie lachte düster. Randolph, ich schwöre dir, ich schiebe dem noch einen Stock in den, naja, egal. Er wollte uns nicht erklären, warum er mit dir zur Brücke gefahren ist. Er redete die ganze Zeit davon, dass du wegen deines Geburtstags in Gefahr bist. Er hat gesagt, er wolle dir helfen. Es hätte irgendwas mit unserer Familiengeschichte zu tun. Er hat mir von meinem Vater erzählt. Annabeths Augen wurden dunkel. Du hast deinen Dad doch nie kennengelernt. Nein, aber offenbar, ich schüttelte den Kopf. Hör mal, das klingt einfach zu verrückt, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was auf der Brücke passiert ist und dem, was vor zwei Jahren mit meiner Mom geschah und meinem Vater. Annabeths Gesichtsausdruck verwandelte sich. Sie sah aus, als ob sie ein Fenster geöffnet und erwartet hätte, einen Swimmingpool zu sehen und stattdessen den Pazifik vorgefunden hätte. Magnus, bei den Göttern. Götter, registrierte ich. Plural. Sie lief vor dem Sarg hin und her und hatte die Hände aneinandergelegt wie zum Gebet. Ich hätte es wissen müssen. Randolph hat immer darüber geredet, dass unsere Familie was Besonderes ist, dass wir Aufmerksamkeit auf uns lenken. Aber ich hatte keine Ahnung, dass du sie erstarrte, dann packte sie meine Schultern. Es tut mir so leid, dass ich es erst jetzt erfahre. Ich hätte dir helfen können. Äh, ich bin mir nicht sicher, mein Dad fliegt heute Abend nach der Trauerfeier zurück nach Kalifornien, sagte sie jetzt. Ich wollte den Zug nach New York nehmen, aber die Schule hat Zeit. Ich habe es jetzt verstanden. Ich kann dir helfen. Ich weiß einen Ort, wo du in Sicherheit bist. Ich wich zurück. Ich war nicht sicher, wie viel Annabeth wusste oder was sie zu wissen glaubte. Vielleicht war sie irgendwie auf die neuen Welten gestoßen. Vielleicht redete sie wie von etwas ganz anderem. Aber jeder Nerv in meinem Körper prickelte warnend bei dem Gedanken, ihr die Wahrheit zu sagen. Ich wusste, ihr Hilfsangebot zu schätzen. Ich spürte, dass es ehrlich gemeint war. Aber dennoch, diese Worte, ich weiß einen Ort, wo du in Sicherheit bist, nichts aktiviert den Fluchtinstinkt eines jungen Obdachlosen schneller als das. Ich suchte noch nach einer Möglichkeit, das zu erklären, als Hearthstone in die Türöffnung der Kapelle gestolpert kam. Sein linkes Auge war zugeschwollen. Er gestikulierte so hektisch, dass ich die Zeichen kaum lesen konnte. Beeilung. Gefahr. Annabeth fuhr herum und folgte meinem Blick. Wer? Das ist mein Freund, sagte ich. Ich muss jetzt wirklich los. Hör mal, Annabeth. Ich nahm ihre Hände. Ich muss das allein schaffen. Das ist wie ein persönlicher Einsatz? Ich wollte eigentlich sagen, wie ein Stechen beim Naja, Einsatz geht auch. Wenn du mir wirklich helfen willst, bitte, dann tu so, als ob du mich nicht gesehen hättest. Später, wenn ich alles hinter mir hab, komm ich zu dir. Dann erklär ich dir alles, versprochen. Aber jetzt muss ich los. Sie holte zitternd Atem. Magnus, ich glaube wirklich, dass ich dir helfen könnte. Aber sie griff in die Jackentasche und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier hervor. Ich habe auf ziemlich brutale Weise lernen müssen, dass ich manchmal zurücktreten und andere Leute ihren eigenen Einsatz erledigen lassen muss, auch wenn es Leute sind, die mir viel bedeuten. Nimm trotzdem das hier. Ich faltete das Papier auseinander. Es war einer der Flyer, die sie und Onkel Frederick verteilt hatten. Die zweite Nummer da unten ist meine Telefonnummer. Ruf mich an. Sag mir Bescheid, wenn alles in Ordnung ist. Oder wenn du dir die Sache anders überlegst und ich ruf dich an. Ich küsste sie auf die Wange. Du bist die Beste. Sie seufzte. Und du bist immer noch ein Hintern. Weiß ich. Danke. Bis dann. Ich rannte zu Hearthstone, der vor Ungeduld auf der Stelle auf und ab hüpfte. Was ist passiert? Wollte ich wissen. Wo warst du? Er war bereits losgerannt. Ich stürzte aus dem Bestattungsunternehmen und lief hinter ihm her über die Arlington Street nach Norden. Selbst mit meinen optimierten Einherjerbeinen konnte ich kaum mit ihm Schritt halten. Alben konnten ungeheuer schnell laufen, wenn sie das wirklich wollten, wie ich nun entdeckte. Wir kamen an der Treppe zur U-Bahn-Haltestelle an, als Blitzen gerade herauf kamen. Ich erkannte den breitkrempigen Hut und den Mantel von der Longfellow Bridge. Er hatte sich eine größere Sonnenbrille, eine Skimaske, Lederhandschuhe und einen Schal zugelegt. In der einen Hand trug er eine schwarze Leinentasche. Ich nahm an, das sollte der Look ein unsichtbarer Gatebowlen sein. Ei, 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 Blitz packte Herth, damit er nicht zwischen die Autos fiel. Was ist denn mit deinem Auge passiert? Und habt ihr das Schwert gefunden? Kein Schwert, keuchte ich. Herths Auge? Weiß nicht. Irgendwas ist gefährlich. Herth klatschte in die Hände, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Niedergeschlagen, signalisierte er. Mädchen, aus zweitem Stock des Bestattungsunternehmens gesprungen, auf mir gelandet, dann in einer Seitengasse zu mir gekommen. Ein Mädchen im Bestattungsunternehmen? Ich runzelte die Stirn. Du meinst nicht etwa Annabeth? Die ist meine Cousine. Er schüttelte den Kopf. Nein, anderes Mädchen. Sie war... Seine Hände erstarrten, als er Blitzenstasches sah. Herth wich zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. Du hast ihn mitgebracht? Dieses Wort buchstabierte er. I-H-N. Deshalb wusste ich, dass ich ihn nicht missverstanden hatte. Blitz hob die Tasche hoch. Seiner Mine war nichts zu entnehmen, da sie dick mit Sonnenschutzcreme beschmiert war, aber seine Stimme ließ keinen Zweifel zu. Ja, Befehl vom Kapo. Aber der Reihe nach. Magnus, deine Cousine war im Bestattungsunternehmen. Kein Problem. Ich unterdrückte den Drang, ihn zu fragen, warum er einen ihn in der Bowlingtasche hatte. Annabeth verrät uns nicht. Aber da war noch ein Mädchen. Ich hab sie nicht gesehen. Sicher hat sie mich hereinkommen hören und ist nach oben gegangen. Der Zwerg drehte sich zu Herth um. Und dann ist sie aus dem Fenster des zweiten Stocks gesprungen, hat dich K.O. geschlagen und ist abgehauen? Herth nickte. Bestimmt hat sie das Schwert gesucht. Meinst du, sie hat es gefunden? fragte Blitz. Herth schüttelte den Kopf. Wieso bist du so sicher? fragte ich. Weil sie hier ist. Herth zeigte über die Straße. 400 Meter weiter ging mit schnellen Schritten ein Mädchen in einer braunen Matrosenjacke und einem grünen Kopftuch die Arlington Street hinunter. Das Kopftuch kam mir bekannt vor. Herth verdankte sein geschwollenes Auge meiner Ex-Valküre Semira Al-Abbas.